Er hat seinen Herzinfarkt kaum gespürt. Jürgen Sievert ist 59, eigentlich gesund und sportlich. Doch eines Tages fühlt er sich auf dem Weg zur Arbeit plötzlich unwohl. Ich merkte, im Moment mal, mein Körper, der rebelliert so ein bisschen, der geht mal ein bisschen langsamer. Und dann bin ich ein bisschen langsamer gegangen und das ist mir alles gut. Was es mit dem merkwürdigen Gefühl auf sich hatte, wird er erst Wochen später erfahren. Bei einem Routine-Check-up stellt der Arzt fest, etwas stimmt nicht. Ein Blutwert, das Troponin ist erhöht und auch das Belastungs-EKG ist auffällig. Jürgen Sievert muss zur Abklärung ins Krankenhaus. Nach der Behandlung, nach der Katheteruntersuchung, kam dann der behandelnde Arzt ins Zimmer rein und sagte mir dann, ja, Herr Sievert, das war ein stiller Infarkt. Und das war natürlich ein ziemlicher Hammer, der Blitz aus dem heiteren Himmel. Bei einem Infarkt verschließt sich ein Blutgefäß am Herz. Das umliegende Herzmuskelgewebe wird nicht mehr mit Blut und Sauerstoff versorgt und stirbt ab. Das kann heftige Schmerzen auslösen, muss es aber nicht. Der Kardiologe Moritz Montenbruck sieht immer wieder Patienten, die keine typischen Infarktsymptome hatten und bei denen erst im Nachhinein Beschwerden auftreten. Wie bei einem seiner aktuellen Fälle. Ein 72-jähriger Herr, rüstig, sportlich, aktiv, berichtete darüber, dass er, wenn er spazieren geht nach 200 Meter, manchmal so im linken Brustbereich, höher der Brustwart, so einen stechen, gewissen Druck hat. Ein Herz-MRT offenbart, die Durchblutung ist gestört. Und der Kardiologe entdeckt auf den Bildern eine Narbe am Herz. Ein klares Anzeichen für einen abgelaufenen Infarkt. Hier sieht man, dass die ganze Dicke des Herzmuskels von innen nach außen weiß ist. Das heißt, hier haben wir abgestorbenes Herzmuskelgewebe, also ein alter Herzinfarkt. Vor allem bei Männern bleibt ein Infarkt oft stumm. Bei Frauen äußert er sich hingegen eher untypisch. Durch Oberbauchbeschwerden, Schmerzen im Rücken oder Nacken, im Kiefer oder sogar im Kopf. Die Schmerzen können überall hin ausstrahlen. Das kennen wir auch von anderen Erkrankungen, dass der Schmerzreiz nicht unbedingt dort wahrgenommen wird, wo er entsteht. Das Klassische, was man kennt, Druck auf der Brust und direkt Ausstrahlung mit Schmerz in den Armen. Das haben ungefähr nur 20 Prozent. Das Alarmsignal Schmerz. Besonders häufig fehlt es bei Menschen mit Diabetes. Denn die Zuckerkrankheit greift bei vielen die Nerven an. Auch am Herz. Wir nennen das kardiale, autonome Neuropathie. Das heißt, dass die Nerven den Schmerz nicht so weitergeben, wie wir es kennen. Und das passiert unter anderem auch durch Blutzuckerschwankungen, durch Entzündungszeichen, die erhöht sind, durch diese ganzen Risikofaktoren, die mit dabei sind. Nicht alle, aber viele Diabetiker haben ein erhöhtes Herzinfarktrisiko. Denn die Zuckerkrankheit kann die Gefäße schädigen. In einer amerikanischen Studie fanden Forscher bei 19 Prozent der untersuchten Diabetiker Anzeichen für einen unbemerkten Infarkt. Unbemerkt heißt aber nicht ungefährlich. Wenn ich das nicht wahrnehme als Patient, dann habe ich natürlich ein hohes Risiko, auch alle Kommunikationen, die daraus entstehen können, zu erleiden. Schlimmstenfalls kommt es akut zu lebensbedrohlichem Kammerflimmern. Und wenn der Infarkt nicht behandelt wird, drohen auch langfristige Folgen. Wir haben ein sehr großes Risiko für Rhythmusstörungen, die auftreten können. Und man hat natürlich die Gefahr, dass ein erneuter Herzinfarkt entsteht, den man nicht überlebt, beziehungsweise dass das Herz noch mehr geschädigt wird und eine schwere Herzschwäche entsteht. Deshalb ist es wichtig, stumme Infarkte im Nachhinein zu erkennen und die Ursachen abzuklären. Wir müssen herausfinden, woher dieser Herzinfarkt kommt, um einfach einen weiteren Herzinfarkt zu verhindern. Das heißt, die Gefäße müssen angeschaut werden, ob die Gefäße es selber sind, ob es ein Problem mit der Gerinnung ist, ob wir irgendwo ein Gerinnselchen haben, was dort hineingeflogen ist. Auch bei Jürgen Sievert wurde genau nachgeschaut. Bei seiner Herzkatheteruntersuchung stießen die Kardiologen auf ein weiteres verengtes Gefäß. Er bekam einen Stand. Inzwischen weiß er auch, was zu seinem Infarkt geführt hat. Seine Blutfettwerte sind erhöht. Ein familiäres Problem. Das soll er nun mit Medikamenten und viel Bewegung in den Griff bekommen. Das Wohlbefinden ist schon da, aber klar, die Angst, dass da mal wieder was kommen könnte, die schwebt immer über mir. Bis zum nächsten Mal.